Die gekochten Spuren, die später als Bild an der Wand hängen und heißen Fish No Chips, eine Aufforderung an Slow Food und eine Entschleunigung des heutigen Lebenswies. Er wird sie uns zeigen. Sie sind eingeladen, es mit den Augen zu genießen. Und als besondere Deck für die heutigen Vernissagengäste, würden sie es auch nachher kosten. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.